ARD Text im Auftrag von Funk Ne, mein Vorderrad Oh shit Wie kann ich ihn dort vermeiden? Blau ist Vorderrad Rot ist Hinterrad Oh what? Oh, aber meine Jetzt habe ich aber gar kein Rad mehr Hä? Yo! Wie macht man das denn? Ich habe zwei Reifen verloren, Junge Du darfst halt keine verlieren Ist der Trick Auf die rote oder blaue komme ich doch Auf jeden Fall Ja, aber du darfst ja auf das eine Genau Auf das eine darfst du nur mit dem einen Rad Und das andere darfst du nur mit dem anderen Wenn die Räder das nicht berühren, fallen die auch nicht ab Das war die Info, die mir fehlte Ich dachte sobald du halt berührst Fall auf jeden Fall Das heißt aber blau ist Vorderrad oder Hinterrad? Vorderrad Auf dem Road musst du mit dem Hinterrad Auf dem blauen musst du mit dem Vorderrad Auf dem blauen musst du mit dem Vorderrad Oh Au au Endlich Next Level Shit Find ich aber gut ey Okay, okay, let's go Alter Ne No No Scheiße Jawoll Nein Okay, du brauchst auf jeden Fall beide Räder da unten Ja Scheiße Ich bin eiskalt über das Rote geflogen Oh Mann ey Oh Mann ey Wer geht denn hier zurück? Ja Keine Ahnung Hey Moment Da ist das Da ist Rot Was mach ich jetzt? Hinterreifen ist nach Gucci Ja Am Arsch Ja ist so Auf Rot kannst du Hinterreifen nutzen Oh nein Das war zu weit Das war zu viel Anlauf Nein Du musst über das Rote Scheiße Ja bin ich Ich bin eiskalt über das Rote geflogen Ja und dann musst du auf das Grüne Das heißt das ist zu wenig Ja das hab ich nicht geschafft Ja Zu wenig Double Flip Wie nett ist das denn? Ich mag diese Stelle mit dem blauen oben muss ich sagen Ja Ja das ist total cool mit dem Überschlag Wait what? Dalu warum Warum Da bin ich im Ziel Oh ne Christian war das Okay sorry Dalu Ja Schließt du den Controller bitte wieder an Hey der ist doch noch angeschlossen Gucken wir mal Hoffen wir jetzt gleich deine Aufnahme schicken muss Da ja Ich kann dir meine Facecam halt schicken Da guck mal ist doch schon der nächste Ha da Easy Game Der musste sogar noch mit dem Hinterreifen landen der Bob Nein Ah Sepp Fast Oh nein Oh nein Oh Kriks Ah Ach klar Das ist krass das es für euch so ein Problem ist Ähm Ich bin über das Rote einfach drüber geflogen Ah Ja genau Ich auch ich bin auch über das Rote einfach drüber geflogen Das wollen wir ja auch Scheiße ich werde das geschafft Ah ok ich dachte ihr wollt das mitnehmen Nein Ne Krieg ich nicht hin Ne ich auch nicht Einfach Bunnyjump und Superreiter Flu Ja das sieht doch gut aus Nein Ja Fram Ja ich zu Oh war motiviert Können wir die bitte nochmal spielen die war cool Ja keine Sorge die kommt nochmal Seine zweite Strecke Dann hab ich zwei gemacht Ja echt Das ist ja cool Das ist keine Chance Ja Weil ich Erster bin Ja Oh geil Jetzt haben wir mit der Rotsch Ja nice Christian Das sieht nochmal ähnlich aus Ja mit der Rotsch Puh Also Rot war Hinterrad Blau war Vorderrad Sepp hat irgendwas mit seinem Mikro geändert Das ist doch nicht schlimm Ja Was hab ich geändert Ich glaub der ist leiser geworden Dann rauscht der ein bisschen mehr Ja wieder Rot war Hinter Scheiße Rot Nein Ok Nope Nope Nochmal da hoch Und Nope Nein Ach das ist Ach komm ich bin noch hoch gekommen Das ist schon ein weiter Weg diesmal Ja ist es auch Boah diesmal verlierst du auch beide Räder wenn du Verlierst beide Räder auf Rot Das ist richtig asozial Boah das hat's einer richtig gut geschafft Ja das war schön ne So lange die Karriere gedauert hat mit Trials Ok dann bin ich wieder am Stiffer Oh ich durfte auf den blauen mit beiden gerade fahren Oh nein das hab ich nicht geschafft Auf dem blauen darf man nur mit einem fahren oder was ist da die Krux Ja auf dem blauen darfst du doch nur mit dem Vorderrad Ne ich bin gerade auch mit dem Hinterrad gefahren Ach ich auch aber Anscheinend mit einem Also ich Ja genau Oh ok Nein Boah Was ist der gecrashed Was ist der gecrashed Oh Dalu ich glaub ich hatte das gleiche wie du Ähm ich bin ich wärs noch auf den Checkpoint gekommen Ich auch Wenn du einen Reifen verlierst kannst du ja noch weiter fahren Aber nur kurz Ja genau Also er pfeift sozusagen irgendwann ab Das ist auf jeden Fall Peter Smaps ey das muss man mal sagen Peter Smaps nennt man ihn auch Ja Peter geht auf Smaps Peter Papst kommt Peter Smaps Scheiße Peter Smaps Really Haha wie geil das ist ey Nice Peter Ich bin schon auf die App Haha Haha So zpacken der da rück Hahaha Schon ein bisschen verwesst Hahaha Hahaha Scheiße Wir machst den vernünftigen Really Ja muss doch mit sehr viel Gefühl Ach du Scheiße Ach komm ey das gibt's doch nicht Nur weil Peter hier schon Durch ist Nope Jetzt spring einfach dahin Ja hab ich NEIN Nein Da Ja Bram nice Ich hatte doch Boah Nein Jetzt Guck Hahaha Hahaha Schon Ja ihr Maps kannst du gerne häufiger Nein Bram möchte ich mal kurz sagen So Also Nein Er gibt mir den halt nie Haha Nein War Sepp noch am Ziel oder was Ja war kurz davor aber ja gut War das immer noch dieser doppelte Sprung Oder kam dann aber ein Schwede Ne Da kam noch eine relativ lange Wheelie Strecke Die ist auch noch ein bisschen problematisch gewesen War cool Das große nichts Ja war sehr cool Und jetzt haben wir das große Loch Das Screenshot ist auch wirklich Wenn du im Workshop direkt siehst Das ist ne gute Das ist scheiße Hahaha 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 Ne da kommen wieder so unsichtbare Sachen die einen aufhalten oder Ne Ohhhh Ja what the fuck Ok im Wasser stippt man einfach finde ich gut Jai Warte was Hä Ähm Ähm Ok ok ich verstehe Ok Wie verstehe Show me Kann ich doch nicht erst wenn ich durch bin Oh ja hab ich auch Nein Checkpoint Nice Ok Ja 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 Wie kommt man denn weiter Checkpoint Klingt ein bisschen blöd aber schau dass du nie mit allem von deinem Motorrad zu Wasser bist Genau Immer mit dem Vorder- oder Hinterreifen nur Alter das ist die schlechteste Das ist echt super bad ist das Der zweite Part wird noch geiler Du war einfach ein geiler Film Hahaha 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 What Ey was ist denn das für ein Abschnitt Hallo Das ist Sam bei mir ne Ja Ja Jaa Checkpoint Das ist aber auch behindert ey was ist denn das Hahaha Oh jetzt kommt ein Bruder Ne jetzt kommt ein Bruder Ihm Oh Los Sam Oh man da überschwitter sich immer Was ist denn das Jetzt schmackes Bunnyhop Ja Hustle Ja Achtung jetzt kommt der Ja Nein Crash Jetzt kommt der gute Weg Der Heimgang Oh was ist das Oh neee Das kam unerwartet Das kam unerwartet Ok 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 Alter was ist das für ne Kackstücke Was hat Peter aufm Rücken gerade wieder Geld ausgegeben Die hab ich da schon ne 100 Folgen alter Aufm Rücken Ein Schwert Ja Nix Das ist ne Knarre Ja klar Das ist ne Shotgun oder was WTF Oh nein Peter nicht tun Aaaaaaah Nein Ich bin drin Oho Huuu Mit der Kopfspitze Mit der Betonlock Gesundheit. Gesundheit. Behinderte Scheißsteiger. Nachdem die ersten beiden so geil waren, ne? Ja, musste ja knappfach kommen. Ja, aber der Drop muss auch nicht so hart sein. Das war ein big hole, Junge. Oh, ein extremer Holy Shit. Da seh ich das Fahrrad, Leute. Klingelingeling. Snobby Ratze. Zwo, eins. In die Pedale getreten. Oh Gott. Fahrrad ist nicht so schlecht. Ja, ich will ja umweltbewusst fahren hier. Wow. Der Schnee soll ja noch ein bisschen länger da liegen. Wow. Das ist ja schon echt extrem. Der tritt zwar nicht... Oh nein. Oh nein. Ich glaub, da hab ich aber Glück gehabt. Der tritt zwar nicht wirklich in die Pedale. Aber nehm ich. Hä, wie macht man das denn? Hallo. Wart auf mich. Alter, ich war hier passiert. Du meinst nicht eben. Was kommt jetzt? Scheiße. Oh, lol. Ich weiß nie, was Weg ist und was nicht. Das ist halt echt Sau. Oh. Neue, neue Stunts. Ne, ne. So, jetzt noch mal. Wohohoho. Du bist da drüber in einem, ey. Lol. Arsch. Natürlich ist da oben irgendein Scheiß wieder, wo man gegen fährt. Neue Tricks. Also die ist deshalb so extrem, weil die so kacke gebaut ist, oder was? Der, der Checkpoint ist der schlimmste. Ich hoffe, ihr schafft das in einem. Was? Ja. Ist das doof, ey. Das ist nicht mal schwer, das ist einfach nur doof. Was ist das denn? Was ist das denn? Was ist das denn? Und wir sind beides. Jo. Jetzt wie machen wir das. Oh nein, oh nein, ich hab's. Nein! Ich hab mir das Gefühl, ich hab mit dem Fahrrad doch nicht so ganz da rüber. Was davon explodiert denn überhaupt? Die Mine? Ah. Ah. Man hat uns wieder gar nicht gesehen. Wir haben einfach drüber fahren, jetzt wo ich die Info hab. Nee, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Irgendwer. Ich fahr dann mal. Wie? Jawohl, Peter. Ich bin auch dabei. Wie? Da seh ich uns. Das war easy. Es ist so unmöglich, ey. Da, du Mensch. Warum bist du schon weg? Ich muss den Zoom gucken. Okay, Bram, mach mal. Woran hängst du denn da, du komm? Ja, an der Mine. Ja, du musst einfach nur Vollgas da drauf ballern. Ciao. Ich hab's gesehen bei Bram. Hast du es geschafft? Oder machst du mal Kling, Kling, Pump? Nee, ich mache noch ein bisschen an dieser doofen Röhre. An der Checkpoint. Ja, Peter, der kann doch nicht abhauen hier. Peter, warte mal auf uns. Nope. Oh Gott. Das ist ein Kameradenschwein hier. Ja! Boah, das gab es ja nicht. Alter, diese Mä... Wieso fand ich jetzt so einen behinderten Berg hoch? Oh oh. Oh oh. Oh was? Warum? Wow, diese Rohre sind ja auch der Knaller. Die sind einfach nur da, um dich abzufacken, oder? Ja? Wow. Easy. Peter? Das kann halt nicht wahr sein. Oh nein! Was? Oh nein! Schön, die Schrecken in die Länge gezogen, auf dem Mittelteil. Ja gut, so kompliziert ist das jetzt nicht zu verstehen. Oh nein! Ja genau! So, wo ist denn die Gang? Ey, wat? Weiter. Ich kriege da trotzdem nicht hin. Nein, 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 nein. Ist das doof. Ich muss Peter holen. Oh, nein. What? Oh, nein. Ich hätte fast schon auf Abbrechen gedrückt. Okay, jetzt habe ich es verstanden. Seid ihr überhaupt hier? Ja, sind wir. Auf der Map sieht es nicht so aus, wenn ihr viel weiter seid. Aber ich sehe keinen von euch. Penismids! Scheiße. Da komme ich einfach nicht hoch. What? What? Stopp und hopp. Oh, die Sachen brechen unter deinem Arsch zusammen. Da, du tell me more über das Ding. Ist das da oben? Das habe ich mir auch gerade überlegt. Ist das ein Teleporter? Also müssen wir da einfach gegenbreddern. Oh, nee. Ja. Du musst da gegen und dann kommt ein Boden unter dir. Ach, du Scheiße. Habe ich gerade zu spät gesehen. Okay. Gas, 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 Gas. Das ist jetzt nicht so schwer, was hier passiert. Leider. Das ist jetzt noch ein Trick für die Fans. Ich blut, Bram. Da hätte mich fast aufs Baul gelegt. Ah, Scheiße, ey. Wo sind die da oben, Sepp? Oh, nein. Ja, doch, hier. Hier sind die. Wirklich schon weiter, oder? Nein, sind die nicht. Okay, Sepp. Den haben wir. Nee, haben wir noch nicht. Doch, doch, doch. Den hast du auch. Okay, jetzt haben wir ihn. Du musst dich hier beeilen. Langsam. Nee, langsam ist ganz schlecht auf dem Ding. Denn... Oh, jetzt weiß ich, wie du meinst. Okay, haben wir. Ja, die anderen sind durch. Wir müssen es halt nur noch auch schaffen. Das ist unsere einzige Chance, Sepp. Boah. Da muss man nach hinten fallen, natürlich. Oh, was? Was ist denn das für eine Scheiße wieder? Ja, okay, da hat es auch gemacht. Ja, ist sie auch. Aber guck mal, es können wir über Kabel fahren. Könnte ich noch, wenn ihr es seht. Also, Ramm. Könnte, wenn ihr keinen Fehler macht. Ja, ja, vielleicht. Weiß ich nicht genau. Ist doch ein Stück. Wenn das nur bei das Kabel fahren. Ja, das ist voll weit halt, ist das Problem. Genau. Also, unnötig einfach. Man soll einfach nur geradeaus fahren, ja. Lüge, glaube ich. Da kommt gar nichts mehr. Da muss was kommen. Doch, doch, Peter lügt immer. Also, hier ist einfach so eine kleine... Also, du musst doch einfach über so einen blöden Sessel springen. Komm schon, was soll das denn? Tritt schneller. Nein! Oh nein, ich habe mich gecrashed. So, da, du. Du kannst es nur noch schaffen. Du kannst es nur noch schaffen. Ja, der schafft es sogar noch. Richtig knapp. Bei Sepp, weiß ich nicht. Ich sehe nichts. Wo ist es denn? Ja. Nein! Sepp will es nicht schaffen. Yo. Holy shit. Oh, wie knapp das war. Also, Fahrrad war eigentlich gut. Nur am Anfang nicht. Eine gibt es nur noch. Rollen. Dann machst du nichts. Der Jay ist auch dabei. Ja, schön. Jay im Geiste dabei zu haben bei Trials. Der Boden ist Lava. So sieht das aus. Bisschen, was? Der Boden ist Lava. 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 Ich habe irgendwie nicht ervue. Oh Gott. Ihr müsst übrigens da nicht nur mit dem Hinterreifen drauf. Obwohl das rot ist. Das ist egal. Ja, das ist heiß, Peter. Ach du Scheiße, Inge. Ach du Scheiße, wie war du schon denn danach springen? Das ist noch nicht immer weg. Okay. Wow. Das ist echt der Sprung? Wow. Ich habe ihn auch noch nicht verstanden. Ja, ich habe ihn aber gemacht. Echt? Verstanden habe ich ihn nicht. Nein, das war wirklich einfach nur ein sehr langer. Ich würde es Bunny Hop nennen. Ist vielleicht keiner. Oh ja. Jetzt haben wir ihn auch. Jo, ach komm. Ich weiß, ob die Web da schon Ende ist. Die endet da. Also ist die nicht lang, wenn man da einmal den ersten Sprung geschafft hat. Ja, es ist dieser Long Jump da. Und du hast alle zwei Meter einen Checkpoint, das ist ja geil. Und Sepp, das war richtig... Oh nein. Das war richtig gut. Ja, aber nee. Doch, das war echt gut. Alles klar. Den Strohhalm nehme ich. Nein. Bram hat Probleme. Bram hat dicke Probleme. Jetzt nennen wir auch dicke Eier. Okay, das hätte ich vorwissen müssen. Schade. Abspringen. Er wacht nicht. Nee. Abspringen. Als ich Jonathan abwild. Schade, schade. Peter. Peter Smith. Schade. Oh, yeah. Geil, oh ja. Richtig gepunktet. Wunderbar. Oh, yeah. Ja, ich hoffe heute auch ein bisschen Spaß. Ne? Peter, gute Rounds. Dankeschön, dankeschön. Vielen Dank für's Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschau. Tschau.